Musik Die legen wir jetzt erstmal schön hier her So Taktrick da Hey, willst du eine Tablette? Mal A Okay Ich weiß echt nicht, wie ich das jetzt wieder kriegen, Bro Ich dachte, ich hätte gerade eben einen gehabt Wie soll ich einen Dessitten kriegen, sag mal Gelegten Zahn Puh Boah, das ist ja noch schlimmer Wie sämtliche Feinarbeit In Simulators oder so So ist es ja Simulator Ich weiß Jetzt sind die Löffel nicht Komm mal A Jetzt kriege ich da diesen Scheiß Zahn nicht, oder was? Dann muss ich den da irgendwie nochmal weglocken Ja, hüpf halt drüber Ist okay Nein So ist es perfekt So ist es perfekt Und wenn ich dann halt eben So einen Zahn rausziehen will Dann grabt der den nicht so Ey, ist das ein Krampf Mal holen wir da nochmal ein paar Zähne raus Ich weiß aber auch echt nicht, wie man die da reinkriegen soll Also besser gesagt Da weg Zieht Oder muss ich die mit einem Löffel in seinen Mund reinschlagen So So Let's put in dem Löffel in seinen Mund So 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 ihr verzeiht mich gerade ihr verzeiht mich ihr verzeiht mir gerade bitte weil ich mich halt eben hier gerade echt extrem konzentriere aber ich möchte das jetzt hinkriegen und ich habe jetzt nicht mehr so viel Blut für den Patienten hier übrig ja nicht anschreiben oh mein Gott das ist doch nicht wahr hier ok ok so ist gut so ist gut nein so ist scheiße so ist scheiße kann ich denn nicht noch mehr hier irgendwie wenden ach scheißdreck oh Mann ist das eine echt eine Feinarbeit das ist doch echt nicht mehr normal oh Gott im Himmel und Penis im Arschloch ey kann man ey also und was ist das wie soll ich denn damit arbeiten das geht doch nicht ey das ist doch nicht das ist ein kack ver-ver-ver-ver-kack kot-kot-kotz-kotz meine Brüssel holter nimm doch die scheiße in die Hand danke jetzt nimmst du da mal so einen schönen Zahn ein Zahn Mann oh oh zahn 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 ja nimm den nimm den nein ey das war doch gerade eben so gut ey da kriegst du doch echt Krämpfe in der Hände jetzt mal ohne Scheiß ich hab jetzt schon einen echten Krampf in der Hand ist da noch der Zahn da drunter wie soll ich die denn da jetzt hochkriegen das ist doch nicht mehr normal warte mal W W R probier's mal mit den drei ne die kriegen auch keinen Zahn so einfach ne hm weil ich glaub kaum dass ich jetzt so hier die alten Zähne nehmen kann vor allem ich krieg die auch gar nicht hoch da muss es doch irgendeine Methode geben um die um die Zähne zu zu kriegen hab ich da einen ne ich hab keinen oh oh und der verliert Blut der verliert Blut ach komm das ist noch nicht wahr jetzt gib mir doch einen Zahn oder lass es bleiben aber ich möchte diesen Zahn diesen Zahn diesen Zahn nix nix okay nix 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 Ich weiß, für euch Zuschauer, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, boah, bist du zu behindert, weil ihr ja weißt. Das ist mega anstrengend. Ohne Scheiß. Also, es sieht vielleicht echt extrem lustig aus, aber dieses Spiel erfordert einfach eine höchste Konzentration. Weil ihr müsst jeden Finger lenken, ihr müsst die Hand lenken. Das ist nicht so einfach, finde ich, ehrlich gesagt. Und die liegen ja alle auch so schön da, aber ich komme einfach nicht mit der Hand daran. Weil meiner irgendwie so eine Hand hat wie Hulk. Das heißt also, ich komme da nirgendwo richtig hin. So. Ne, okay. Also. Den müssen wir ein bisschen anwenden. Jetzt habe ich den jetzt echt nach hinten gehauen. Ach komm. Alter. Mach doch ein bisschen aggressiv gerade. De... Alter. 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 Ich hatte dich doch gerade eben schulden. Warum möchte der eben jetzt nicht? Oh Gott, ich habe echt keine Lust mehr. Wie soll ich denn da rankommen? Wie? Ich weiß es nicht. Weil das Ding können wir auch nicht hochnehmen. Das ist ja der Scheiß. Ich kann das Ding ja nicht mal hochlupfen und irgendwie umlernen, dass die ganzen Zähne in seinem Scheiß-Mund reinfallen. Wahrscheinlich gibt es da voll den Easy-Trick oder so. Naja, aber ich glaube, das Match... Äh, das Match, sage ich schon. Die Runde hier habe ich verloren, ne? Das wurde zu langsam echt eng vom Blut her. Wobei der halt null Blutung hat, aber er verliert trotzdem noch Blut. Ich weiß zwar nicht, wie er es macht, aber... Ist halt so. Ich muss die Sachen da nicht neu hervorkriegen. Vielleicht habe ich darüber dann nochmal eine Chance. Was? Ah! Aua! Ähm. Alter, nein! Okay, jetzt ist es komplett verloren, weil jetzt ist alles gespiegelt. Die Steuerung ist gespiegelt. Oh. Ähm. Da habe ich wohl... ...eine Gewicht bekommen. Boah, ist das jetzt für ein Arsch, ey. Ich kriege auch nicht mal die Zähne, die neben ihm liegen oder so, ne? Das ist halt das Problem. Also selbst wenn ich hier jetzt die Zähne nehmen wollte, die da noch rumliegen, dann, äh... Oh, komm. Das ist jetzt echt mies mit dem Stromschlag. Ich komme einfach nicht an die Zähne ran. Egal, was ich mache. Naja, gut. Ich glaube, das habe ich dann verloren. Ich werde jetzt gleich nochmal einen Neustart machen. Und dann werden wir gucken, was wir da machen können. Bleibt einfach dran und wir werden gleich sehen, wie wir das Problem dann nochmal lösen. Macht's gut. Bis gleich. Ciao. So, ich habe jetzt die Lösung gefunden. Oder das musste ich mir jetzt anschauen. Darauf wäre ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich gekommen. Und zwar liegen hier, muss ich jetzt einmal die Pinzette nehmen. Hier liegen nämlich, in diesem Kasten, liegen ein paar gesunde Zähne noch drin. Boah, dieses gespiegelte Steuerungsding ist einfach so für den Arsch, wa? Ich muss jetzt die Pinzette faktisch nehmen. Boah, ich kann das nicht mit dem... Okay. Ne, wir machen einen Neustarten. Das geht nicht. So. Und zwar liegen hier, in diesem Kasten, in dem mittleren Kasten, liegen ganz normale, weiße Zähne drin. Also, was wir jetzt faktisch machen, ist relativ simpel. Wir schneiden jetzt erstmal hier wieder die... Ähm... Die... Äh... Den Mundschutz schneiden wir jetzt erstmal weg. Und dann werden wir faktisch diese, äh, Zähne, wo... Ähm... Also, da gibt es ein paar verfaulte Zähne und ein paar ganz normale Zähne. Natürlich werden wir die verfaulten nur entfernen, weil die normalen lassen wir natürlich drin. Auch wenn uns, äh, unsere Zahnärzte-Fraktion das immer anders macht, äh, werden wir dieses Mal, äh, so spielen, wie es auch verlangt ist. So. Okay. Also. Das legen wir kurz zurück. Das brauchen wir gleich wieder. Dann nehmen wir das hier weg. Und wir sehen. Der hat oben... Einen... Na, jetzt lass doch los. Oben ein, so ein Zähnchen, wo grau ist, und unten die beiden. Und die werden wir jetzt erstmal wegmachen. So. Also, wir greifen nochmal zur Pinzette. Wenn die will. Wenn sie will. Jetzt hat er... Jetzt muss man hier ganz vorsichtig ran. Wie krieg ich das jetzt am Felschen raus hier? Oh. Entschuldigung. Okay. Das möchte er nicht. Dann müssen wir... Na, ein Problem ist damit. Der hat immer für so feintechnisch gröbere Sachen immer gut gepasst. So, komm schon. Ja, okay. Der eine ist jetzt schon mal... Weg. So. Jetzt warten wir den anderen... Die anderen beiden hier unten. Okay. Okay. Ja, genau. Gerade den in der Mitte, wo ich nett wollte. Der fliegt raus. So logisch. Klar. Boah. Ey. Okay. Und jetzt nur noch den anderen. Nur noch den anderen. Nein, dreh dich doch nicht weg. Okay. 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 Okay, sind alle weg. Okay, 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 okay. Jetzt warten wir erstmal wieder das Blut ein bisschen stoppen. Also das Blut ist er faktisch verliert. Okay. So. Okay. Alles klar. Gut. Blut wurde gestoppt. Okay. Jetzt sind wir natürlich hier erstmal... ...ein Kasten hoch. Na, komm. Ach, ich verwechsel immer die Tasten hier. Das ist so behindert. Vor allem auch so schwierig einfach nur. Na, komm. Okay. Hier krieg ich geschenkt. So. Jetzt bauen wir eine... ...eine Pinzette. Da haben wir doch eine. Die wird immer wieder ganz, ganz sachte greifen. Jetzt müssen wir eigentlich, so wie ich es jetzt gesehen habe, nur hier rein. ... ... ... durch einmal zum glück haben wir ja noch mehrere Ersatzpinzetten hier nehmen wir einfach die gehen hier einfach rein müssen wir, ne wir haben keine gehen da einfach rein haben wir eine, ne haben wir keine ah weil hier kommt der Moment, an dem ich wirklich verzweifle ich weiß es warum nimmt der jetzt keinen mehr okay okay, 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 okay und ach, das war das falsche la 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 setzt die neue Szene ein das ist doch fein ach scheiße jetzt mit den letzten Zahn rein dann müsste es ja eigentlich geschafft sein, ne wenn wir natürlich alles richtig gemacht haben ja oh Gott oh Gott also so macht man es oh nicht anders ich musste mir jetzt wirklich kurz ein Tutorial angucken, wie man das hinbekommt, weil ich bin darauf echt nicht gekommen, dass man Zähne mit einer Pinzette einführt also na gut, mit einem Löffel na, ich weiß, es war jetzt gerade nicht eine Glanzidee aber ihr wisst ja, ne gut also ich hoffe es hat euch Spaß gemacht beim Zusehen hier in der Schnellversion jetzt und wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich wissen ich würde mich auch freuen, indem ihr mir ein ganz kleines Feedback darüber gebt ob ich irgendwie weitere Simulatoren oder sowas spielen soll ich würde mich sehr, sehr freuen ähm bis dahin macht's gut und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei Tschüss